Wir haben drei große Cents und die werden in verschiedenen Räumen eingesetzt. Zum einen im Keller in der Waschküche direkt neben der Waschmaschine, dann im Heizungskeller oder Technikraum. Der dritte Cents wird in der Küche aufgestellt direkt neben der Spülmaschine. Wir haben uns entschieden, die Grohe Cents zu nutzen. Zum einen, weil wir neugierig waren auf die Technik und zum anderen haben wir ein älteres Haus, größtenteils saniert, aber es gibt immer noch Stellen, die ein Risiko bergen und das wollen wir weitestgehend mit dem Grohe Cents eindämmen. Die Waschmaschine kann immer mal kaputt gehen, der Schlauch kann, also der Abwasserschlauch kann abspringen, wo Wasser austritt und das würde man dann natürlich merken, wenn der Cents die Warnung gibt. Und dann kann man natürlich ganz schnell eingreifen. Ja, meine Erwartung war natürlich zusätzliche Sicherheit, gerade weil wir ein älteres Haus bewohnen, falls mal was geschieht. Es ist nicht nur für Eigenheimbesitzer passend, sondern auch für Mieter, die beim Wohnungswechsel die Gräte, die Grohe Cents einfach einsammeln können und in der neuen Wohnung wieder aufstellen können. Ich würde Grohe Cents auf jeden Fall weiterempfehlen, weil man ein sehr hohes Maß an Sicherheit bekommt. Auch der Kontakt zu Grohe war sehr gut. Wir mussten einmal das WLAN erneuern und dann haben wir Telefon nicht Hilfe bekommen. Es hat alles wunderbar geklappt.